Hallo und herzlich willkommen zurück zu Village UHC, wo wir uns beeilen müssen, denn wir haben jetzt noch kein Lapis. Und der Huti ist natürlich auch wieder dabei. Grab du dich schon mal nach unten. Ich hole noch ein paar Lava-Eimer. Warum? Einer reicht doch. Ja, für jeden einen dachte ich jetzt. Ich habe schon einen. Ach, du hast schon einen. Okay, gut. Dann. Ich grabe schon mal. Ja, mach das. Das ist jetzt blöd, echt, dass wir jetzt kein... Bei Sand auch echt ein bisschen nervig, sich runterzugraben, ne? Ja, das stimmt. So. Ich schmeiße noch ein bisschen Zeug in die Lava, das ich nicht brauche. Zum Beispiel Diorit. Ja, das ist jetzt echt blöd. Wir haben einen Verzauberungstisch, aber keinen... Ja, das ist doof. Wir haben jetzt noch die Folge, bevor es zusammenkommt. Ja, genau. Wir müssen in dieser Folge noch Lapis finden und verzaubern. Da haben wir nicht dran gedacht, dass wir natürlich Lapis brauchen. Ja. Ich habe es irgendwann, glaube ich, nochmal gesagt. Du hast es gesagt, aber dann haben wir es nachher... Auch nicht mehr dran gedacht. ...waren wir zu euphorisch. Ja. Oh, ich habe schon wieder ein halbes Herz verloren wegen Fallschaden. Ach, Mano. Das gibt es doch nicht. Okay, einfach weiter graben. Ich kümmere mich um die Ausleuchtung. Genau, Ausleuchtung. Zeug, Fackeln, Boing, Tod. Super. Die sind auch auf der Diamantenhöhe, oder? Ja. Ein Lapis. Also schon ein bisschen vorher, aber... Ja. Hauptsicht. Oh Gott. Ja, beim nächsten Mark werden wir automatisch geportet. Heißt, da müssen wir auf jeden Fall... Ach du Bescheid. Ja, da müssen wir auf jeden Fall, ich sage mal so, in 15 Minuten spätestens. Ja. Also bei 15 Minuten von dieser Aufnahme. Ich werde mal darauf achten. Müssen wir spätestens unser alles fertig haben. Wir sind da noch 300 Blöcke voneinander entfernt, ungefähr. Aber gefährlich ist es trotzdem. Ja gut, klar. Ja, diese Blöcke sind zwar schon ein bisschen was, aber... Ja, ich nehme mir auf jeden Fall nochmal das Eisen mit. Ja. Lass mich runterbauen. Ich habe die Diamantspitzhacke. Das geht doch schneller. Dann mache ich hier mal oben dicht und... Ja. Oh Mann, da haben wir echt nicht drüber nachgedacht. Das war jetzt... Nee, da war mal selber ein bisschen doof. Ja. Craftingt den Verzauberungstisch, aber kein Lapis. Gut, wir können ja erstmal auf niedrige Level verzaubern, vor allem unsere Waffen, aber... Ja gut. Hier ist Gold. Gold ist gut. Gold ist gut, dann kann ich mir vielleicht auch mal ein Äpfelchen machen. Ja, oh, hier ist so eine große Goldader. Hast du da noch einen Apfel dabei, oder? Nee, leider nicht. Das wird alles ein bisschen... Eng, von der Zeit her. Ja. Aber die anderen haben die gleiche Zeit, das ist das Gute. Ja. Okay, ich grab mal weiter. Ja, vor allen Dingen gut, wir könnten uns dann quasi ins Nether verziehen, sobald... Ja, ins Nether kommen wir auch nicht mehr, ne? Wieso? Ach, geht das dann nicht mehr? Doch, das geht dann schon, aber... Ja, wir könnten uns dann einfach ins Nether verziehen und dann noch ein bisschen farmen. Ja. Warum nicht? Ja, eben. Oder wir sagen uns Yolo und gehen dann voll drauf. Das geht natürlich auch, ja. Ja, ich meine, wir haben jetzt Rüstung, wir haben der Schwert, wer weiß, was die anderen haben. Sobald wir verzaubern könnten, wäre halt schon... Das wäre... Wenn wir noch zumindest unser Schwert noch fix verzaubern oder... Ja, ja. Und dann ein bisschen was auf die Rüstung. Ja. Ja. Das wäre schon ziemlich gut. Oh, Manu. Okay. Welche Höhe sind wir aktuell? Sind auf Höhe 9. Wir sind schon... Ach, schon viel zu weit, okay. Hoch, 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 hoch auf 11 und dann einfach Tunnel graben. Ich würde sagen, wir machen jetzt zwei einzelne Tunnel. Ja. Ist das jetzt hier F3, das ist Höhe 11, okay. Ich nehme diesen Gang hier. Ich nehme den hinter dir. Los. So, wir haben noch etwa 10 Minuten. Okay, das ist machbar. Ja, das ist machbar, genau. Da vielleicht Lappes zu finden. Okay, so. Ah, hier einfach rein. Nicht vergessen auszuleuchten, dass hier nichts rumspawnt. Das wäre schon echt räudig. Okay, alles andere außer Gold. Gold würde ich auch noch mitnehmen. Lassen wir liegen. Apfel wäre doch schön, ne? Ja, Apfel. Das, wie gesagt, wir können ja nachher noch... So ein bisschen können wir nachher noch. Ähm, müssen wir mal schauen. Äh, hier. Einmal Lappes, bitte. Ich weiß nicht, ob wir mal einmal Lappes finden würden. Da ist immer so viel drin. Das würde locker reichen, aber ja, das müssen wir halt erstmal finden. Das schaffen wir schon irgendwie. Denke ich auch. Äh, nutz auch ruhig deine Eisenspitzhacke, oder? Die hat sich gerade in Luft aufgelöst. Okay, also sag Bescheid, wenn du was gefunden hast, dann komme ich zu dir. Oder hol dir meine eben ab. Ja, aber dann komme ich schnell zu dir. Ich benutze eh die DIA-Spitzhacke. Das ist ehrlich, richtig lange. Ich bin da. Eisenspitzhacke, da ist er. Und ich gebe dir auch eine Steinspitzhacke damit, dann... Die habe ich noch. Hast du noch? Okay. Ja, passt schon. Was ist da für ein Ei da? Hm? Habt ihr da für ein Ei da gelassen? Ach, danke schön. Warum ist eigentlich Örstkin noch drin? Das verstehe ich. Ähm, der kann jetzt spectaten. Ach so. Der ist hier, kann jetzt als Spectator rumfliegen. Und sich auch zu uns porten, also zuschauen. Das ist ein bisschen tricky, ne? Der kann theoretisch auch seinem Team, äh... Ja, das finde ich eigentlich ein bisschen doof. Anweisungen geben. Noch eigentlich ein bisschen... Aber das würden wir schnell in den Aufnahmen sehen. Ja. Ich durfte beim ersten Mal auch spectaten. Ach so. Hab dann auch, äh, Semi-Tipps gegeben. So nach dem Motto, ja, äh, zauberhafte Welt bei denen. Ja, ja. Aber, äh... Ja, die Häufen hat's denen nicht. Die wussten halt nur, worauf sie sich einlassen. Dann bin ich's richtig, aber... Doch, mein Team hat's geschafft, sich zu verzaubern. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. So, wir haben noch... Etwa sieben Minuten... Acht Minuten. Nichts gefunden, ey. Das ist doch scheiße. Ja, ich auch nicht. Bisher. Okay, hier ist Eisen. Ich bin auch, hat immer nur Eisen. Mann. Ich bin mir überhaupt Lapis. Einfach mal entspannen und glücklich sein. Ja, wer weiß, ob die anderen Lapis gefunden haben. Das ist ja schön, wenn die verzaubern, aber ohne Lapis ist auch blöd, ne? Bisschen. So, hier. Schau, ich finde jetzt noch zehn Diamanten, aber kein Lapis. Aber gut, dann können wir so eine Brustrüstung machen, ne? Ja. Im jeden Fall. Ist ja besser als nix, ne? Ja. Ich hab ja immer noch die sechs Diamanten, ne? Ich hab noch zwei. Ich hab einfach, äh, weiß ich nicht was draus. Ja, dann... So, du hast noch zwei, dann haben wir acht, dann können wir uns... Ein oder zwei Paar Schuhe. Ja. So. Aber es ist jetzt wieder Teamgleichheit, jeweils zwei. Ja. Das ist schon mal ganz gut. Und du weißt eigentlich, wie viel Leben haben die anderen noch, ne? Das ist ja auch so ein Ding. Kann natürlich sein, dass die jetzt schon lebenslädig... Ich glaub, die auch einen Apple gefunden haben. Ja. Oder dass die gar nicht, dass die irgendwie keine Zeit hatten. Das weiß man ja nicht, wie es bei denen gelaufen ist. Oh, kann ich mal ein bisschen Lapis um die Ecke kommen, weil wir brauchen natürlich auch noch Zeit zum Verzaubern, ne? Ja. Und wir müssen den Verzauberungstisch auch mitnehmen. Also rechtzeitig. Mhm. Okay, vorne kommt wieder Lava an. Ah, hier geht's weiter. Ah, das gibt's doch nicht hier. Das ist doch echt. Aha. Da ist nur Eisen... Äh... Ah... Kohle. Aber okay. Da ist nix. Nee, ist die Spitzhacke kaputt. Ja. Gut, die... Die Spitzhacke, die hält ewig, aber... Ja. Aber da merkt man schon so, ich sag mal, dass fünf Folgen, da ist auch... Da wird auch keiner irgendwelche Getränke haben und so, das ist... Nee, das... Das wäre schon sehr komisch, wenn das einer schaffen würde. Man könnte es ja mal so aufziehen wie Varro halt. Das wäre nicht viel interessanter, wenn man halt so... Nicht alles in einem Stück aufnimmt. Ja, das ist halt... Das Problem ist halt, wir haben nur einen Server. Dementsprechend müsste der Village-Server in dem und offline sein. Das ist so die Problematik. Zehn Minuten. Oh, zehn Minuten. Okay. Wir sind jetzt bei 9,33 bei mir. Das ist gut. Ja. Wir haben also... Oh, ich hab Lapis. Ich hab Lapis. Ja, gut. Ich komm zu dir. Sofort. Ich komm jetzt direkt zu dir. Heißt, wir haben noch zehn Minuten, um zu verzaubern. Oh. Kommen wir am besten... Du baust dich erst mal ab, ne? Ich baue es nicht ab. Hast du noch eine Eisische Spitzhack? Ich habe 18. Nee, du kannst noch einen Stein abbauen. Gut. Wir machen uns hier mal kurz eine Höhle. Ich stelle den Table auf. Ich muss auf die Uhr schauen. Bei 9,33 auf meiner Facecam ging es da los. So. Hier ist Zaubertisch. Gibst du mir Hälfte Lapis ab? Ja, warte, warte, warte. Huch. Liegt da so rechts von dir. Ist irgendwie einfach an der Wand abgebunden. Ja. So, 9 Lapis. Okay. Okay, ich fang mal mit meinem... Macht es ihm das Schwer zu verzaubern? Ja, oder? Ja. Okay, wir hätten hier Schärfe 1 bei mir. Für zwei Level. Ich teste das mal. Schärfe 1 für zwei Level. Das werde ich mal nehmen. Teste mal was. Okay, ich meine, die Matches hat schon mal Schärfe 1. Sehr gut. Ich mache nochmal eben eine Kiste, weil ich habe wieder einen Scheiß in der... Der ist von einem Ofen gemacht. Okay. Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Ich habe Eisen gefunden. Yay. Dann würde ich auch sagen, wir gehen gleich ganz schnell noch ins Nether, oder? Ja, das Gold brauche ich jetzt. Gold ist zu Gold. Ach so, okay. Ach so, ja. Ich habe jetzt noch was reingepackt. Du brauchst Gold. Ich habe hier noch... Genau, ich will das mal mit dem Goldschwert testen. Ist da die Frage, ob wir das... Ja, Gold macht. Mach es ruhig. Mach es ruhig. Sonst würde ich halt sagen, wir gucken wir zu, dass wir vielleicht noch einen oder zwei Goldöpfel kriegen. Aber ist egal. Das ist egal. So, Kiste, Kiste, Hupf, Huty zu den Waffen. Glückwunsch. Direkt ein Eisenschwert. Ja. Das da rein, das da rein, das da rein, die Tür da rein, okay. Verzaubern. Toc, 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 toc. Helm. So, die Brust. Schutz 1. Immerhin. Für ein Level. Da, der Kopf. Halbarkeit bringt nicht so viel. Halbarkeit bringt nichts. Ja, für 1. Schusssicher 1. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Okay. Der Napis rausgeflogen hier. Nochmal zwei Level. Und die Beine. Schusssicher 1 nochmal. Zweimal schusssicher. Ist schon nicht schlecht. Dann sollte da. Und da. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich mir aus... Haben wir noch Eisen? Ich habe noch zwei Eisen auf jeden Fall. Kohle mehr drin. Wollen wir uns Dias-Schuhe machen? Oder die Diamanten verschwenden wäre ziemlich doof. Ja, lass uns Dias-Schuhe machen. Mein Gott. Ich habe jetzt schon auf die Eisenstiefel Schusssicher 1 drauf. Ist ja egal. Mach ich jetzt hier noch. Dias-Schuhe. Dann droppe ich dir meine zwei raus, ja? Ja, danke. So. Besser. Hä? Wieso habe ich jetzt nur zwei? Und meine anderen? Hä? Wo ist mein Dias? Oh. Scheiß. Okay, egal. Habe ich... Hab ich die nicht in die Kiste reingeschmissen, oder? Das wäre ziemlich dämlich gewesen. Okay, also ich habe jetzt Schutz 1 auf Helm. Ich bekomme keinen Schutz, das ist scheiße. Ich habe zweimal Schusssicher, zweimal Schutz. Ist schon mal nicht schlecht. Ähm... Auch Schusssicher. Schusssicher, Schutz 1 und Eisenhelm. Wir haben noch fünf Minuten. Dann müssen wir fertig sein. Ähm... Sag mal Schusssicher. Gib mir Schusssicher. Oh, hast du noch Lapis? Ja, zwei Stück habe ich noch. Ja, perfekt. Braucht nicht. Äh, hier. Sehr schön. Ich könnte mir noch... Na, ich habe Eisenschwert mit Schärfe 1. Das ist okay. Den Bogen kann ich noch verzaubern. Oh, den Bogen. Hast du den Bogen verzaubert? Ach, fuck. Nee, siehste. Äh, gut. Wir haben auch keinen Lapis mehr. Doch, ich habe noch zwei. Dann gib mir mal einen davon. Vielleicht gibt es ja eine gute Verzauberung auf dem Bogen. Ja, Stärke 1 halt immer, ne? Ich kriege Stärke 1 für zwei Level. Ja, gib mir bitte den Lapis. Liegt vorne vorm Zaubertisch. Ah, okay. Bogen. Fünf Minuten. Okay. Äh, Bogen. Und den Lapis. Dann habe ich Stärke 1 auf Bogen. Cool. Gibt es irgendwie die Hälfte deiner Pfeile? Ja. Mach ich sofort. Dann haben wir... Wir haben noch ganz verzaubert. Ey, das ist doch... Geil. Ja. Gut, 28 Pfeile. Ähm. Jetzt meine Bar schon mal machen, so. Äh, gut. Den Obsidian nehme ich mit. Können wir vielleicht noch, wenn wir Lust haben, noch eben ins Nether gehen und da Spaß haben. Aber brauchen wir eigentlich, ne? Weiß ich. Das Eisen hier. Das Eisen können wir uns eigentlich noch. Wir haben keinen... Kein Amboss. Ja. Gut. Ähm. Ich würde sagen, ja, wir lassen... Wir lassen das Inventar so. Was ist das Essen? Wir müssen auf jeden Fall mitnehmen. Hast du noch genug Essen? Baue mal den Table für. Ich habe noch sechs Fleisch, ja. Okay, ich baue den Table ab. Ja, ich habe ihn. Ähm. 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 Ich habe noch... Ich habe noch ein bisschen mehr Fleisch. Dann gebe ich dir... Hast du was? Hast du was? Hast du Hühnchen oder Schweinefleisch? Ich habe Schweinefleisch. Dann gebe ich da noch mal ein paar mehr von. Ich habe nämlich Hühnchen und Schweinefleisch bei mir. Das Feuerzeug auf jeden Fall ins Reinlegen. Das Lava einmal reinlegen in die Leiste und den Wasser einmal reinlegen in die Leiste. Okay, dann würde ich sagen, das ist wieder an die Oberfläche, oder? Ja, wir werden eh geportet, aber... Leil, wir können ja hochlaufen hier. Wir müssen ja nicht uns hochbauen. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich meine, an die Oberfläche wegen noch ein paar Päpfel sammeln. Wo war denn hier der Gang hoch? Dahinten in die Richtung auf jeden Fall. Okay, aber den Verzaubungstisch haben wir auf jeden Fall. Das ist gut. Wie weit haben wir uns denn gebaut? Ich weiß gar nicht, wie... Ich bin schon vorbeigelaufen. Ja, mit Sicherheit. Wo ist denn... Wollen wir die Folge vielleicht vor dem... Hier ist es, hier ist es. Vielleicht schaffen wir es noch in den einen oder anderen Apfel zu kriegen. Dann können wir noch eben ein Stück fix... Äh, ja. Wir sind abgewöhnt immer zu sprinten in den Höhlen. Ja, man kommt ja schneller voran, aber man verliert so richtig viel Essen. Ja. Okay, hier können wir hoch. Ist gerade Nacht anscheinend. Äh... Oh, hier müssen wir einmal einen Block setzen. Kommst du... Ja, jetzt musst du irgendwie auch abbauen, wieder hochbauen. Ja, schon. Ach, hier hast du auch noch mal zugebaut, okay. Ja, ja, ich bin immer noch mal sicher gegangen. Äh, Fackel noch vielleicht. Ah, super. Weit unten gewesen, ist ja unfassbar. Ja, ja, Höhe 11 halt. Ja. Okay, es ist gerade Nacht. Ähm... Oh, Creeper um uns, Vorsicht, Achtung, Achtung, Achtung. Äh, hier der Menge Creeper. Wir laufen mal in die Richtung der Bäume, ne? Ja. Auf jeden Fall. Nicht auf den Kaktus kommen? Einen Fallschaden wegkriegen, auf jeden Fall. Nee. Boah, wir hätten unten bleiben sollen bei den ganzen Viechern hier. Enderman, Achtung. Nicht ansehen. Boah, da habe ich viele Zombies. Bist du hinter mir? Ich bin direkt hinter dir, ja. Gut. Nicht ins Wasser fallen. Nochmal Creeper. Okay, hier sind Bäume. Direkt mal Bäume abbauen. Hier ist noch ein Viech. Okay. Ja, Bäume abbauen, hier. Und dann... Wir haben auf jeden Fall eine riesige Monsterschlange hinter uns, oder? Nee. Ja. Geht noch. Was geht noch? Ja, sie haben schon aufgegeben, irgendwie. Ja. Da fange ich ja auch mal an. Ich nehme den Baum-Otex auseinander. Wir müssen halt nur aufpassen mit den Viechern hier rundherum. Ja. Ich setze mal ein paar Fackeln. Ähm... Wo sind die Fackeln? Ja gut, dann... Falls die... Na gut, nee. Waren wir noch nicht geportet. Aber falls sie uns dann sehen, weißt du... Ist egal, wie sie... Die sind so... Ah, es wird gerade Tag. Sehr gut. Wird gerade Tag. Okay. Hoffen wir, dass der Baum sich schnell abbaut. Nächster Baum. Vielleicht schiefen wir noch den einen oder anderen Apfel. Das wäre geil. Ja. Also einen zum Vollrecken und einen für den Kampf. Das wäre halt echt traurig. Ja. Eine Minute? Eine Minute. Oh, nee. Das wird... Okay. Ich bau den Baum mal... ...manuell ab. Ja. Tag. Okay. Eine Minute noch. Oh, oh, oh. Shit, 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 shit. Nein, 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 nein. Wieder Leben verloren. Scheibenkleister. Und Apfel, 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 Apfel. Jawohl, einen Apfel. Einen Apfel haben wir. Oh, scheiße, ey. Gerade letzten Moment noch. Gut, wir müssen... Wir können gleich erst... Ich würde sagen, wenn wir gleich rauskommen, wir gehen einfach nochmal... ...versuchen irgendwie noch in den Wald zu kommen und Apfel zu sammeln. Ja, wie viel Gold haben wir denn noch? Los ist es überhaupt? Also können wir denn... Mehr als einen Apfel... Ich habe noch acht. Also einen Apfel kriege ich hin. Acht von da oben ist noch ein Zombie, der ankommt. Endes mal eine Runde. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay, und jetzt geht es hier in den Kampf los. Wir haben es noch geschafft, uns ein bisschen zu verzaubern. Und ja, jetzt legen wir los, ne? Jetzt geht es los. Gold ist auf. Ich habe meine letzten... Die letzten Gold Apfel gesnackt. Jetzt am besten keinen Fallschaden mehr kriegen. Ich habe mich nicht... Ja, es hat mir nichts abgezogen. Ach, hier ist noch der Creeper. Der Creeper ist hier noch. Achtung. Fresh, Fresh wurde von der Marder erschlagen. Okay. Wir sollten aufpassen, da... Ja, ach, okay. Wir gehen jetzt... Wo bist du, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Oh, auf den Bäumen. Auf den Bäumen. Ja, komm mal runter. Zu mir, ich habe den Creeper erschlagen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg Richtung Mitte. Auf jeden Fall zusammenbleiben. Ja. Gut, zusammen sind wir stärker. Bogen im Ansch... Ich würde mal sagen, einen Bogen im Anschlag. Dann können wir auf jeden Fall... Okay, wir gehen mal... Willst du vorgehen? Ja, ich gehe einfach mal vor. Du hast den Effekt noch. Ich habe ja weniger Leben jetzt als du. Ich habe jetzt sechs aktuell. Du hast sechs Herzen? Ja. Dann habe ich noch ein halbes Herz mehr. Ja, okay. Ist schon mal gut. So, schauen wir mal, ob wir irgendwen sehen. Von hier aus. Ich sehe keinen. Die Karte ist noch relativ groß. Ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. Oh, wir sehen den Arm. Wo? Mr. Vlog. Wo? Direkt vor mir. Direkt vor mir. Bei der Spinne da hinten. Sneaken, sneak, 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 sneak. Liegen. Okay. Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Ja, ich sehe ihn auch. Komm, 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 komm. Ja, okay. Go, go, go. Er ist alleine, weil Marder tot ist. Ja. Also versuche auf jeden Fall mit dem Bogen an ihn ranzukommen. Ich sehe ihn gerade nicht mehr. Wo ist er? Keine Ahnung. Hier unten müsste er... Oh, hier ist er. Da ist er. Er sammelt gerade eine Sache von Dings. Hinterher. Hinterher. Angriff. Ja. Einsammeln können wir später, aber wir müssen ihn angreifen. Oh, da ist ein Creeper hinter mir. Fuck. Oh, 200 Pärchen verloren. Oh, scheiß Creeper. Okay, wo ist er jetzt? Scheiße, wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Da hinten rennt er. Ich sehe ihn. Bist du hinter mir? Ich bin noch kurz im Wasser, aber ich bin ein paar Meter hinter dir. Ich sehe ihn. Da ist er, da ist er, da ist er. Tot. Jawohl. Okay, können wir kurz einsammeln hier. Magst du mal kurz zu mir kommen und beschützen? Er hat eine Dia-Brustplatte. Die Dia-Brustplatte mit Schutz 2. Die Mannschaft schärfe 3. Jawohl. Geilo. Geilo, geilo, geilo. Ähm. Haben wir gewonnen? Wir haben gewonnen. Wie, wir haben gewonnen? Das war es schon. Die anderen sind alle tot. Oh, was? Was? Geht einfach mal super gut. Was? Was? Wie geil der ist das denn? Schärfe 1, Dia-Schwert gehabt. Wir haben da einfach mal gar nichts mitgekriegt. Unfassbar. Boah, ist das geil, ey. Okay. Ja, noch schärfe 3, Dia-Schwert hatten die. Leck mit, hatte er. Er kam ja leider gar nicht zum Kampf. Ich konnte ja gar nichts machen. Boah, ich hab ihn einfach gesagt, er hat hier gesneakt. Ich hab ihn von unten einfach zweimal geschlagen, er war tot. Also viel Leben hatte der nicht mehr. So ein laues Lüftchen. Boah, war das geil, ey. Äh, ja. Sehr gut, dann würde ich sagen, wir sind die Gewinner, weil wir alle nur die Beste sind. Hahaha, ist das geil. Sehr gut, ey. Boah. Ja, hat sich... Wenn es euch gefallen hat, dann... Genau. Lass den Daumen nach oben da und was noch mal was sagen. Ich guck noch mal kurz, was hier jetzt gerade passiert ist. Unfassbar. Also wir haben hier Fresh... Also, äh, schau mal eben. Also da ging es los. Und dann. Fresh Trice wurde von Herrn Marder erschlagen, okay. Damakash hatte den Erfolg, da einmal noch vorzuhören. Herr Marder wurde von Damakash erschlagen. Damakash wurde von Mr. Vlok erschlagen. Damakash war Mr. Vlok. Und Mr. Vlok hat dann nichts mehr gemacht, weil er dann gestorben ist. Er ist weggerannt. Er hatte wahrscheinlich immer das Problem. Er wollte gerade die Sachen von Marder einsammeln. Ja, ja. Und dabei haben wir ihn erwischt. Ja. Ja, geil, ey. Sehr gut. Okay, hör auf. Ja, äh, GG, mein Freund. Ja. Ist gut gelaufen. War echt spitze. Mhm. Super Teammate, danke. Also... Muss ich auch sagen, war schon... Ja. Da hat sich doch... Ich muss auch sagen, war immer gut. Sehr gut durchgemäht. Machen wir noch kurz einen Siegerscreenshot hier. Ja, genau. Am besten vor der Leiche hier. Mal den ollen Helm absetzen. Bei mir, sonst sieht man mein Skin immer nicht so richtig. Genau. Äh, hier, Spaß mit den Dinger weg. So, hier, komm mal zu mir. Stell dich neben mich. Und dann machen wir so ein kleines Siegerscreenshot. Kurz nochmal die Dings ausmachen. Ja, ja. So, ja. Warte, ich komm mal ein bisschen nach hinten. Oder so. So ist gut. Und dann einfach mal beide in die Mitte gucken. Genau. Ja, äh, kurzen Screenshot dazu. Ja, das war Minecraft The Village UHC. Das war's, ja. Ein paar letzte Worte von dir. Leicht gewonnen. Ja, vor allem, wenn du mal hinter dir guckst. Die hatten Amboss, die hatten jede Menge Lapis. Ja, krass, ne? Schärfe Dreischwert. Der Hammer. Er hätte nur Lava runterwerfen müssen. Ich wäre tot gewesen. Ja, ja. Krass, ey. Unfassbar. Ja. Ja, so kann das gehen. So geht's, ja. Ne? Ja, gut. Das war's dann. Joa, dann macht's gut. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank.